Was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen zu einer Gewinnspielauslosung von eurem Dragon Ball Fan 91. Ja, heute wird das Gewinnspiel ausgelost meine Freunde. Die zwei Figuren die von mir und von anime4fans.com bereitgestellt wurden, bekommen heute zwei Besitzer. Zuerst wollten wir uns dafür bedanken, dass ihr euch so zahlreich an dem Gewinnspiel teilgenommen habt. Ich hoffe ihr seid genauso gespannt wie ich oder wie wir, wer diese Figuren wohl gewinnen wird. Wir haben Sonntag den 20. Dezember 2020, wir haben eine Minute vor 12, um 12 Uhr wollte ich es eh auslosen. Was müssen wir dafür machen? Erstmal brauchen wir den Link und den fügen wir dann hier bei commentpicker.com ein. Und wir hauen die Duplikate raus. Wie viele Kommentare haben wir? Wir haben 46 Teilnehmer meine Freunde. Was ich noch kurz sagen wollte, ich habe hier zwei Figuren die ich auslosen werde. Das heißt, ich weiß ja nicht in welche Reihenfolge. Ich hätte jetzt einfach gesagt, der erste der gewinnt bekommt den Son Goku und der zweite Gewinner bekommt hier den Ruffy. Falls untereinander getauscht werden will, kann ich das organisieren, aber das geht halt echt nur, wenn beide Seiten da zustimmen. Jetzt wünsche ich euch allen sehr viel Glück und ich bin wirklich sehr gespannt, wer jetzt die Son Goku Figur und wer die Ruffy Figur beginnt. Starten wir rein. Ihr seid einfach live dabei meine Freunde. Der erste Gewinner ist Road44TV. Ehrenmann, Ehren Rodriguez. Glückwunsch an dich, du hast die Son Goku Figur gewonnen. Und der zweite Gewinner ist... Lu Hucha, Mario, my Homeboy. Du hast die Ruffy Figur gewonnen. Mit einem Mashallah-Kommentar. Solltest du nicht meinen Instagram-Namen wissen. Nein, ich weiß ihn nicht, aber du hast ihn natürlich auch hier reingeschrieben. Super. Herzlichen Glückwunsch an euch zwei. Ihr habt die Figuren gewonnen. Also ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß damit. Falls ihr untereinander tauschen wollt, wie gesagt, könnt ihr mir anschreiben. Und die, die nicht gewonnen haben, seid nicht traurig darüber. Es ist auf jeden Fall nicht das letzte Gewinnspiel. Ich habe schon mit ein, zwei Leuten geredet. Da wird auf jeden Fall noch einiges Neues auf euch zukommen. Und sowas wird es jetzt viel öfter geben. Also das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne hier noch auf dem Kanal bleiben. Und wenn nicht, dann ja, ist es euch überlassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, meine Freunde. Jetzt werden erstmal die zwei Jungs angeschrieben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Dragon Ball Fan 91.